Musik Liebe Sportsfreunde, heute bin ich zu Gast bei einer der besten Top-Schläge für Weitstrecke und Barcelona und die große Font, wie man das hier in Belgien heisst. Der Name ist Ivan und Gunnar, Vater und Sohn Del Rue. Aus Bovekerke, Bovekerke ist ein Teil von Kukulare und Kukulare befindet sich nicht so ganz weit, ungefähr 20 Kilometer schätzen wir, von Ostende und Brügge, ihnen natürlich bekannt. Also die Provinz Westflandern. Ganz wichtig ist der zweite Name von diesem Schlag. Der zweite Name ist die Iron Man. Iron ist Eisen, Eisen. Und warum haben diese Leute, Vater und Sohn, Kombinationen diesen zweiten Namen bekommen? Erstmal wegen den unheimlich stärken Tauben, die sich mittlerweile schon hier und in anderen Schlägen bewiesen haben, auf weit und große Weitstreckeflüge. Tauben, die niemals aufgeben, Tauben, die durchgehend in dem härtesten Wetter ihre Top-Klasse-Qualitäten beweisen. Und es gibt nur eine Sache, die ganz wichtig ist, um das zu beweisen. Und eine Sache, die zählt für Vater und Sohn Del Rue, das sind die Ergebnisse, die Preislisten. Wir werden in den nächsten Teilen Ihnen alles zeigen, um diesen Punkt stark zu machen. Zweiten Grund, warum diese Leute, Vater und Sohn, Kombinationen diesen Namen bekommen haben, die Iron Man, ist ihr Geschäft, ihren Beruf. Auch das werden wir in den nächsten Teilen Ihnen weiter erklären und illustrieren. Wir werden in den nächsten Teilen Ihnen aufgezeichnet.